Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Survey und ich bin, ähm, ähm, ja, oh Gott, ich bereue es ein bisschen, dass ich die letzte Folge ohne Facecam gemacht habe, echt, boah, ich wäre fast im Stuhl geflogen, ey, meine etwas, ähm, aufgebrachte Schwester Lilith, wir sind, glaube ich, hier in dem Haus nicht alleine, ja, schwierig, ähm, was soll ich, irgendwas hieß, ich soll irgendwas touchen, äh, oh, hier ist ein Schlüssel, äh, okay, touch the angel upstairs, das habe ich ja gemacht, go downstairs and retrieve the note next to the door, okay, ähm, Ha, 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 huch, hoppala, also, äh, wieder runter, für wo, wo dieser Schlüssel ist, bestimmt nicht für die Haustür hier, ich könnte wetten, bestimmt für diese Tür hier, ha, ha, oh Gott, nein, will nicht, okay, warte, ich mach mal, gerade mal hier die Tür zu, ich weiß, ich werde nicht sicher sein hier, Irgendwas kommt jetzt, ich schwöre, f*** das Radius an, Lilith Note 3, I hate painting, mom and dad want me to finish one piece a week, oh Gott, die Eltern wollen, dass sie ein Bild in der Woche macht, it takes anywhere from 8-12, äh, 8-12 Stunden dauert's, for me to meet that quota and top of going to school, oh, Schule muss er auch noch machen, oh Gott, nein, was verlangen die von dir, I tried to tell my dad to slow things down, but he wouldn't listen, should I, I tried to stand up to them, I tried telling my, him that I didn't have the right color of red, oh, okay, so I wouldn't be able to finish the painting, even if I had it, so, ach so, sie hat's so getan, oh, ich kann das nicht machen, weil mir fehlt hier die Farbe und so, so he called Marcus down, he grunted, so, you don't have the right color of red, you could smell the alcohol from his breath, he took Marcus and then started hitting his head, oh, alter, was, hier hast du Blut, hier hast du Rot, until Blut started to drip from his nose and his lip started to tear open, he threw Marcus to the ground and continued to beat him and kick him until he was a bloody mess, oh, alter, der hat den voll geprügelt, he took a can of booze and poured it all over Marcus and walked off muttering something, mom just turned a blind eye and started cleaning up, oh, Gott, Mutter, schaut weg, warum, warum, was hast du denn hier für Eltern und, alter, der Marcus, der muss doch echt, oh, Gott, der Arme, ey, mom just turned a blind eye, ja, mit einem Auge, mit einem geschlossenen Auge, weggeguckt und geputzt, and I helped him up to his room, hat dem Bruder hochgeholfen, he didn't say anything, oh, ich glaub, der hat voll den Hass auf mich, oh, he did was a smile, he had a white grin on his face, I stayed with him until he fell asleep, reading this book about cars, sie hat ihm was vorgelesen, okay, oh, Gott, nein, alter, was, oh, was soll das, ey, schwierig, hier kann man Licht, Alter, wieso geht einmal die Tür auf, was ist das denn, schon wieder, ich schreib mir das mal kurz auf, ähm, au, i, nee, also, oder die römische Zahl wahrscheinlich, e, a, ich glaub, hier fehlt mir noch die 1, ne, oder, ich weiß es nicht, alter, was geht denn hier ab, ist hier noch irgendwas, eine Säge, hier ist, ist hier irgendwo so eine Abstellkammer, oder, was ist denn das, kann ich irgendwas machen, hä, dachte ich, nee, das ist Licht, aber hier kann ich doch noch irgendwas machen, ja, geh weg, alter, verpiss dich, was soll das, äh, äh, what the fuck, wo ist denn das, ist das, wo ist das, ich kann es gerade nicht eruieren, wo das, ist, hier ist es nicht, es muss oben sein, oh fuck, hallo, Lillith, alles gut, Lillith, oh komm, nein, nein, Lillith, Lillith, huch, wo ist er weg, ähm, ich weiß, ich bin verrückt, ne, nee, bin ich nicht, so ein Schisshase bin ich auch wieder nicht, okay, oh, mach dich scheiß, tut, Dicken, sorry, herrum, Lillith, Lillith, Ne, 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 lass mich, lass mich, nein Fuck, geh weg, Alter What the fuck, Alter 892 892 892 892 892 892 892 892 Fuck, Alter, mein Schatten Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst, Alter Aha, jetzt kommt der nächste Tipp Part 1 He watched her, writing in pain As her condition set in, knowing nothing could be done to help her Among all her family, she loved him the most Jet, turn, turn around What? 892 64 892 64 892 64 892 64 Das ist nicht 82964, das sagt der nicht 892 64 892 64 892 64 Hallo Hallo Nee, okay Ich glaube das mit dem Fernseher Ich weiß nicht Äh Äh Schwierig Okay, hier ist immer noch zu 892 892 Fuck ey, das Licht funktioniert nicht Ich muss nicht an den Bildern was machen Äh, Alter 8 Nein Wo ist das andere 2 2 Das muss ja wahrscheinlich das oben sein 4 8 6 Wo ist denn bitte 6 9 2 6 4 Ist hier noch eins drin 8 9 2 6 4 Hier ist keins 8 9 2 6 4 Nein, das ist die 4 Ich brauch die 6 8 9 Warte Oh Gott 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott Und jetzt das 9 2 6 4 Habe ich 8 9 2 6 4 8 9 Und jetzt wahrscheinlich das letzte Bild, oder? Das hängt wieder. Hä? What the fuck? 8, 2, 9, 9, 7 gibt's gar nicht. Was ist denn das da für überhaupt eine Zahl? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, man muss in einer bestimmten Reihenfolge die Bilder wahrscheinlich dingen sehen. Und ich glaub, die Reihenfolge war wahrscheinlich gerade total falsch. 8, 9, 2, 6, 4 Acht? So... Bis? Hä? Moment, warte mal. Ich muss das gerade mal gucken. 9, 2, 6... ...2, 6... ...1, 2, 5, 5, 6... God is dead. God is dead. Gott ist tot? Gott ist tot. 8, 9, 2, 6, 4. Genau, das habe ich so. Aber da ist eine... Hä? 8? Das ist eine falsche Ziffer. 9, 2, 6. Ich hatte schon die richtige Reihenfolge. Scheiße. Jetzt habe ich die... Jetzt habe ich die falsche Reihenfolge gemacht. Ich vollposten. Nein, ich habe die falsche Reihenfolge gemacht. Ich vollposten. 9, 2, 6, 4. Ah. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6. Komm, häng dich mal wieder auf hier. 8. 9. 9. Genau. Die 2 war oben. Kann sich nur um Stundenhandeln. Ich kann leider nicht rennen. Das ist mein Problem. 8, 9, 2, 6. 6. Oder? Ja, 6. Die ist unten. Die war, glaube ich, hier drin, ne? 9, 9, 2, 6. Und die 4. Wo war die denn jetzt? Äh, wo war die denn jetzt? Hier, ne? Habe ich doch jetzt alles, oder nicht? 8, 2, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 2, 9, 2, 7. Nein. Die sagen doch hier. 8, 2, 9, 2, 6, 4. Find the pictures. Hanging on the walls. With this. Roman nummerals. Activate them in this order. It will open the door. Retrieve the note inside. Hä? Schwierig. Jetzt sind die Bilder natürlich schon wieder unten, ne? Die hängen sich, glaube ich, nicht von selber auf. Ähm. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Reihenfolge. Das Bild ist jetzt auch da unten. Verdammt nochmal. Was mache ich denn jetzt? Die hängen sich nach einer Zeit wieder auf, ne? Kann das sein? 1, 2, 6, 4. Mist. Mist. Ach, ärgerlich. 8, 9, 2. Das ist jetzt ärgerlich. Das Problem ist, das Bild hängt sich jetzt nicht nochmal auf. Schwierig. Könnte natürlich jetzt nochmal laden, aber ich weiß allerdings nicht, ob der gespeichert hat, ne? Ich probiere es jetzt nochmal. 8. 8, 9, 2, 6. 2, 6, 4. Jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Ich vollposten. Alter. Ah man, falsche Reihenfolge. Wie oft kann ich das eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das machen kann, bis er irgendwann mal sagt, oh, nein, das ist falsch. Ich glaube, ich muss nochmal laden, ne? Kann das sein? Die hängen sich nie nochmal auf, ne? Ach, so ein Kacke. Mist. Hm. Hier gibt es keine weiteren Sachen hier. 8, 2, 9, 9, 7 ist klar, Error. So, so, ja, äh, ich kann nicht. Würde mir wünschen, dass die sich mal wieder aufhängen, die Bilder. 8, 9, 2, 6, 4. Ja, weiß ich. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. Äh, Kinders. Die Bilder hängen wieder. Also, einen Versuch mache ich jetzt noch. Jetzt muss ich aber mal aufpassen. Also, pass auf. 8, jetzt die 9. Doch, die 9, oder? Ja. 2. 8, 9, 2. 2. Mich irritiert halt die eine römische Zahl, weil die nicht so aussieht wie die. 6. Wo waren jetzt die blöde 4? Ach, da oben. Jetzt hat es geklappt. Warte. Oh, das war das Zeichen, Zeichendingszimmer von meiner Schwester. Äh. Inside the memories with... Okay. Was sieht das alles gemalt, oder? 8, 9, 2, 6, 4. Aha. Oh. Das Radio... Fuck. Alter. Was ist das denn? Death of 2 Seblings. Was ist das denn? Die hab ich noch gar nicht gelesen. 2 Bordes wurden rekovertiert, after a fire erupted... da der erupted inside a sub-run house near a local elementary school. The fire apparently started late at night, as neighbors were the ones of the report of the incident. Names have not been released, but the victims were in the fight to be a brother and a sister in their late teens. Was? The two were home alone while their mother was on a business trip. The brother was going to high school and also worked a part-time job at a... Oh, the fire start is not clear, but the authorities have not ruled out foul play. According to investigators, a candle that was knocked over could have... a kerze, okay. Officials have not ruled out foul play as a cause. Was? Sind wir tot? Oder was? Oder wie? Oder wo? I can't move. Today I woke up. And I can't really explain it. but my right hook just feels extremely stiff. Update. My parents took me to the hospital just in case it was alive. I was alone in the house with Marcus, but for some reason he was always afraid of me. Every time I would try to get close to him, he would run away in fear. It was such a weird dream because in a way I felt like in the last one... War ein Traum, in Ihrem Traum bin ich immer von Ihrem weggelaufen als Bruder? Okay. Schwierig. Oh shit. Nee, warte mal. Scheiße. Jetzt kommt... Ah. Komm durch. Okay. Hallo? Ich, äh, untersuche. Hier ist nix. Wahrscheinlich unten. Das hat ja mal wieder geklirrt. Oh Gott, nein. Ich höre schon wieder. Ich höre sie doch schon wieder. Hier ist ne Kerze. Kann ich die nie ausmachen? Vielleicht war die Ker... Hallo? Hallo? Kommt das Gehäule jetzt her. Hä? Ich hab das Gefühl, die steht da hinten. What the fuck? Ich wollte doch nur was lesen. Marco's note. School is isn't too bad. I'm working on this little project with my... Some of my friends were trying to create our own braking system for a car. Something that can be controlled remotely. I wonder if I can reverse engineer it to do it was... Maybe cancel braking system. That would be an interesting... I don't know. I don't know. Of course. is... What is this? ... Oh, That's not a bad idea. Okay. That's not a bad idea. It's a very... Very rare, but serious condition wo die Päsenz sofft... ...until most of hers... ...your daughter might be able to make it to the age of 40... ...if she is lucky. Please let us know what direction you would like to take. Was? Die wird maximal 40 und dann... Keine Ahnung! Alter! Lenev! Mach keinen Scheiß! Warum hast du nicht schon wieder das Licht ausgemacht? Du magst kein Licht, ne? Oh Mann! Ich hör sie doch schon wieder. Alter, was? War das Freund schon da? Ja! Ja, ist doch gut! Lenev, wo bist du denn? Lenev? Lelit? Lenev? 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 Was? Lenev, was ist denn da... Äh... Wo ist sie denn? Warum ist hier so dunkel? Ist hier noch was? Nein? Hä? Okay, ich mach hier mal einen Break Ich hoffe mal echt, dass der irgendwie Ich hab keine Ahnung Dass der mal zwischenspeichert oder so Ich weiß es nicht, sonst muss ich alles wieder von vorne machen Das wäre nicht so gut Ich hoffe, der speichert Okay, ich danke euch fürs Zuschauen Und ich gehe erst in der nächsten Folge wieder aus dem Schrank Danke Und ja, schön mit Öl